Vernunft ist für mich die Kraft, darauf zu vertrauen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dabei aus Erfahrung zu lernen, aber auch Risiken einzugehen. Vernunft bedeutet für mich, verantwortungsvoll zu handeln und die Entscheidungen zu treffen, die sich nicht nur auf Emotionen, sondern auch auf logischem Denken basieren. Vernunft bedeutet für mich die Fähigkeit, Entscheidungen objektiv zu hinterfragen und diese gegebenenfalls auch als falsch anzuerkennen. Vernunft bedeutet für mich, Entscheidungen abzuwägen und zweimal nachzudenken. Bevor ich eine Entscheidung treffe, frage ich Freunde und Familie und bringe ganz verschiedene Perspektiven mit ein.